Hey Leute und willkommen heute zur ich zeige euch Installation von Discord. Ja, denn viele haben Probleme Discord zu installieren oder damit klar zu kommen. Ich zeige euch wie man das auf PC installiert und natürlich Adventskalender gibt es am Schluss auch. Denn das ist halt ein Video dazu. Also bleibt dran, dann werdet ihr erfahren wie ihr auf mein Discord kommt, denn ich möchte kein DS mehr benutzen. Also viel Spaß mit diesem Video. Also, als erstes geht man auf die Seite discordapp.com, ist in der Beschreibung drin. Dann klickt man für Windows herunterladen, einfach Datei speichern und dann warten bis der Download fertig ist. Wenn der Download fertig ist, einfach anklicken, muss man kurz warten, da, so, ausführen, fertig. Jetzt muss man nur noch warten bis er installiert ist. Ich mache das jetzt gerade an meinem zweiten PC, deswegen, ja, dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis es fertig ist. Na, da ist Discourse schon. So, dann geht es weiter. Wenn es geöffnet ist, geht es weiter natürlich. Ja, lad, 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 lad. Mein zweiter PC ist irgendwie nicht ganz so schnell, wie erhofft. Dabei ist er gar nicht so alt. Ja, da öffnet es sich jetzt. Die Seite öffnet sich jetzt auch, denn man muss sich registrieren, aber das zeige ich euch jetzt. Unten, da steht registrieren. Da drückt man drauf und dann erstellt man einen Account. So, E-Mail-Adresse. So, tue ich natürlich alles verbergen, dass man das nicht sieht. Passwort, also ich nehme jetzt meine zweite E-Mail-Adresse und alles und erstelle extra einen Account, dass ihr jetzt seht, wie das geht. So, wenn man einen Account erstellt hat, dann einfach, ja, kommt dieses ganze Roboter-Scheif schneide ich weg. So, genau, da hat man sich registriert. Dann geht man in E-Mail, bestätigt die Registrierung und dann ist man drin. So, jetzt kommt, ich habe extra was hingerichtet bei meinem Livestream. Das kopiere ich jetzt. Dann gehe ich auf Discord wieder, drücke auf das Plus, das Rechte und kopiere das einfach an. Und rein. Und schon, tada, bin ich in mein Discord. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Jetzt geht es zur Verlosung. Also, viel Spaß mit der Verlosung. So, da sind wir wieder bei der Verlosung. Drei Leute haben wieder mal gewonnen. Ja, drei Leute. Einmal Paluten, FNA, Herr Sturmy und Jamie Moser. Ja, ihr drei habt gewonnen und wir gucken mal, was ihr habt. Ich fange mit Paluten an. Der hat die Nummer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Du kriegst das hier. Ich bin gespannt. Irgendwas gescheites für dich drin ist. Ja. Dann gehen wir weiter mit Herr Sturmy. Der hat die 7. Oh, das sieht man nicht so lustig ausgegangen. Name, Fragmente. Gucken wir uns gleich genauer an. Vielleicht nicht. Kannst du was damit tun? Oh, 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 Paper Schematik. Okay, und Jamie Moser hat die Nummer 3. Oh, auch ein Name-Fragment. Das, das, das. Das ist ein bisschen mehr. Naja. So. Vielleicht ist da was Gutes dabei. Gut, dann war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, der Discord-Installations-Tutorial hat euch geholfen. Und ich sage es nochmal, Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Schreibt eure Zahlen wieder unten rein für den nächsten Tag. Vielleicht holen wir sogar noch den Adventskalender ein. Über Weihnachten kann vielleicht kein Video kommen. Ich gucke, dass ich jetzt noch schnell etwas fertig schneide für Weihnachten. Dass ich euch auch eine frohe Weihnachten wünschen kann. Naja, werdet ihr da sehen. Also abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und neu hier seid. Tschüss. Tschüss. Tschüss.